Hey Leute, willkommen zu meinem Video, bitte über Maerschweinchen. Ähm, ja, ich, äh, hallo, Karamell, ja, ich, ähm, wollte euch sagen, könnt ihr mich bitte, bitte abonnieren. Ich würde mich da richtig, richtig freuen und kommentieren und Daumen nach oben geben. Ähm, ich, ähm, wenn ihr es macht, weil ich es jetzt nicht nur bei euch, ich mache es bei viele, ich mache es bei, die ich schon mag, aber ich mag viele YouTuber hier, oder YouTuber. Ähm, ja, also, ich mag Babys Beauty Palace zum Beispiel, ähm, die Miris, die Müffelstücke natürlich. Natürlich, ähm, die Miris sind ja auch die Müffelstücke, nur den zweiten Kanal, nicht einmal mit Charojan 2. Aber ich mache nicht mehr Charojan 2, weil ich es da irgendwie langweilig. Ich mache jetzt nur noch Videos über Monster High Puppen und über Maerschweinchen, wie ihr gerade jetzt sehen könnt. Hallo! Also, das ist, wie ich einmal letztens gesagt habe, das ist Karamell. Also, die Jungs, ähm, sind 14 Jahre alt, da, da drüben, Naruto will schlafen, Kiko ist in dieser, ähm, äh, Rohre und will auch schlafen. Bis auf den, der will nur fressen. Also, alle fressen sehr viel. Ich habe denen eigentlich überall Heu, also, ich habe denen was gegeben, schon ein bisschen leer. Ich habe Heu gegeben, auch leer. Tränen habe ich auch gegeben, auch fast, äh, keine Ahnung. Ähm. Warte. Zu ihm meine Schwester hat mich gerufen, hoffentlich war es nicht in dem Video gehört. Meine Schwester hat mich gerade so richtig, richtig genervt. Weil immer wieder ruft sie mich, wenn ich ein Video mache. Und ich hoffe, dass ihr nicht, ähm, gehört habt. Denn die will mit mir gerade in Galeria Kauf gehen. Regemonster-Hai-Puppen. Äh, aber wir gehen später. Nein, nicht später. Vielleicht gehe ich nochmal. Äh, wo wir 15 Uhr hier haben. Ähm. Ja, ähm. Wenn ihr jetzt denkt, ähm, wir haben 15 Uhr 5 oder 15 Uhr 6. Vielleicht hatte sie es, die hatte eben gerade erst mit dem Video gemacht. Die haben doch 15 Uhr 5 oder 6. Und, aber nein, das ist, das ist, jetzt haben wir 15 Uhr 5. Ich, ähm, ich, ähm, ich hätte es jetzt eben inzwischen gerade gemacht. Ihr könnt auch gucken, wie lange ich es gemacht habe. Und dann denkt ihr, mhm, okay. Aber natürlich ist es heute. Wir freuen uns, dass ich mehr, wenn ich ihn habe. Ich will jetzt nicht so richtig lange warten, weil ich will auch noch in Galeria Kaufhof gehen. Vielleicht gehen wir nochmal in Müller. Müller. Wir nehmen ja noch Geld. Ich, ähm, ich frage doch noch, ich frage es noch, dass wir in Müller gehen können. Ich spiele mal. Teiser was können wir leider nicht gehen. Wir haben kein Auto. Und wir haben keine Ahnung, wo zweiser was ist. Also, hallo. Aber trotzdem freue ich mich noch, dass ich meine Style-Pumpen habe. Aber darüber rein gehen kann ich nicht. Bleiben wir noch bei den Märschwännchen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen mehr über die Märschwännchen. Also, das sind Jungs natürlich. Deswegen heißen die Naruto, Karamell und Kiko. Ähm, ja, das ist Naruto. Das ist Karamell. Und in dieser Ohre ist Kiko. Drinnen. Ähm, die sind alle 14 Wochen alt. Ähm, wir müssen uns am Sonntag da wieder reinigen. Äh, ja, wir können die noch nicht tragen. Deswegen machen wir einfach anders da. Wir machen erstmal eine Seite. Zum Beispiel, wir machen erstmal diese Seite. Kern. Dann sind die auf diese Seite. Dann gehen die auf diese Seite. Ähm, dann machen wir diese Seite. Dann machen wir diese Seite. Ähm, putzen. Und danach haben wir alle Seiten. Danach können wir die Sachen. Ähm, wieder. Natürlich. Wir haben die jetzt anders gemacht. Erstmal waren die Röhren da. Und das Haus da. Also, die gehen trotzdem noch in einer Ecke. Ähm, da ich wie hier. Auch wo da keine Röhre ist. Also der da. Also Kiko und Karamell gehen gerne in Felserröhren und Häuser. Aber Kiko geht jetzt echt, echt, echt gerne da rein. Ja, ähm, ich weiß noch nicht so richtig bei denen. Die haben noch richtig, richtig richtige Angst. Und das hat... Deswegen... Deswegen... Wir versuchten als Traum zu gehen. Also lassen sich einfach so eine Hand tuttern. Aber streichen lassen sie... Lassen sie sich noch nicht... Die haben einfach nur Angst. Und deswegen brauch ich auch Hilfe, Leute. Ich will es jetzt einfach nicht machen. Weil ich will denen keine Angst machen. Weil ich darf erst mal stören. Wenn man sehen könnte, dann schau die. Ich will denen jetzt erstmal in Ruhe lassen. Und deswegen sag ich mal... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vom Video. Und ja... Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt bitte einen Daumen nach oben. Abonniert und kommentiert. Und ich wäre richtig, richtig glücklich, wenn ihr mich abonniert. Wie gesagt, ich mache auch mal Style-Videos. Und ähm... 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 Natürlich... Mehr Spannchen-Videos. Okay. Tschüss. Und ich möchte noch eine grüßen. Ein paar Leute grüßen. Einmal Can. Ich mag dich sehr, sehr. Und deine Freundin ist auch... Der hat so schöne Haare. Und... Ähm... Dann will ich noch... Ähm... Von Bibi City Palace. Und Julian... Julenko. Ähm... Der Julian und Bibi grüßen. Und dann will ich noch Oma Wolf grüßen. Ähm... Bitte gib nicht mit die Videos... Ähm... Bitte hör nicht auf, die Videos zu machen. Denn ich mag deine Videos sehr. Von euch alle natürlich. Und dann will ich noch Monster High Stern grüßen. Obwohl sie meine Schwester ist. Aber... Sie freut sich schon, dass man... Dass man sie grüßt. Und ähm... Schreibt in den Kommentaren, wer noch gegrüßt werden will. Und ja. Tschüss. Tschüss.